Das war die erste Zähne, die ich hatte. Wahnsinn. Hast du es gefühlt? Ich habe es richtig gefühlt. Durch das wir jetzt so fühlen, habe ich etwas mitgebracht. Wir fühlen es so richtig. Es ist okay. Jetzt müssen wir aufpassen. Wir machen jetzt etwas. Ich habe eine Ahnung. Was ich früher immer noch gemacht habe. Ich habe eine schweige Ahnung. Warte, darf man jeden einen nehmen? Wir nehmen jetzt jeden einen. Andi? Und dann gehen wir richtig auf den Küchentisch. Nimm den durch, ich nehme den Büschel. Eine gute alte Schlumpf-Stimm-Gag. Hast du eine wichtige Frage über die Schlümpfe? Kannst du das machen? Ich muss die Ballen versorgen. Wie geht das? Einschnaufen, oder? Die Kinder machen das zu Hause nicht nach. Also Luca, was haben die Schlümpfe für das Geschlecht? Also, es ist ... Also, ich glaube, es ist schon wieder hoch. Ich bringe meine Ballone auf. Die Ballone ist kaputt. Ja, sie wird ziehen. So. Was ist dein Lieblingssong, ist das schlimm? Das ist komisch. Ja, du musst jetzt mal nach. Also, die sind wirklich Lieblingssong, sie geben die ganzen ZDs mit Kabelschlofen. Oh mein Gott, ich denke ... Können wir wieder etwas simplify bei dir? Oh, jetzt ist es mit Römmen. Können wir wieder? Wieder ein bisschen Ernsthaftigkeit in dir. Kinder, bitte, bitte. Wieder ein bisschen Ernsthaftigkeit. Meine Stimme ist bald wieder auf dem normalen Zustand. Komm mal wieder oben runter.